Ich bin der Fall von der Runde, der neue Skill Lucky Shot ist in der Stadt. Geschickt wurde das von Reikio in seinem KV 1S. Die Trabel sich mit dem IS-3 da vorne. Der IS-6 kriegt richtig gut ein ab. Was geht hier ab? Wirklich Schaden... Oh! Fatal! Wo muss man den denn da treffen an der Seite? Dass der da sofort den Blow-Up kriegt? Vermutlich irgendwo unter dem Turm oder was? Ja, sehr schön. Ich glaube das hat den Reikio selber aus dem Latschen gehoben. So wie den Chat voll spammt. Ja, sehr schön. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.